Stadtland Plus Geschichten ist eine Dokumentarfilmsammlung, in der wir jeweils die Geschichte von Menschen hier aus der Region zeigen. Wir dozieren mittlerweile seit mehreren Jahren Film an der DHB Moosbach im Studiengang Online-Medien und mittlerweile sind so viele schöne kurze Dokumentarfilme entstanden, dass Professor Thomas Wirth die Idee hatte, dafür eine Plattform im Internet zu erschaffen. Bei den Filmen handelt es sich durchweg um Porträts von Menschen rund um Moosbach und in Moosbach und die Idee war eben eine Synthese aus Web und Film zu schaffen, um einem größeren Publikum die Filme auf eine längere Zeit zu können zu machen. Das Medium Film ist natürlich ein sehr umfassendes Medium, wo es auf ganz viele verschiedene Dinge ankommt, von der Kamera bis zum Schnitt, von der Dramaturgie bis zur letztendlichen Menschenkenntnis. Man muss recherchieren, man muss Menschen hinterfragen, Situationen lesen können. Es ist so umfassend, dass ich glaube, dass das auch ein Grund ist für die Faszination, die Film eben bei den Menschen und auch bei den Studenten hat. In den Filmen gibt es ziemlich viele verschiedene Persönlichkeiten und das sind zum Beispiel Sportler oder Musiker oder solche Menschen, die sich irgendwie persönlich engagieren oder die haben auch ein interessantes Hobby oder einen interessanten Beruf. Und das Tolle daran ist eigentlich so, dass man die Menschen oder solche Menschen überall auf der Welt finden kann. Man erfährt etwas über Menschen, die man sonst nie im Leben treffen würde. Das sind Lebensgeschichten, die sonst eigentlich im Verborgenen bleiben würden. Und man erfährt erst durch die Filme, was für besondere Persönlichkeiten mit einem in einer Stadt wohnen. Den Du Arminen lassen sich um in einer Stadt zu veröffentlichen. Und man will auch, dass es ein Problem ist. Dass es ein Problem ist, wie du möchtest, die sie archetype für dich zu veröffentlichen oder Menschen unterhalten. Und das ist einfach nur, dass sie nicht in einer Stadt wohnen. Und das ist einfach das ausschichtig. Und das ist auch einfach. Und das ist ja auch ein Problem, das sagt, dass es nur ein Problem ist. Und ich bin, dass es ja auch ein Problem ist, und das κlimailliert.